Ist es nicht verrückt, wie gradlinig das Leben manchmal verläuft? Das ist es also, hm? Ja, das ist es! Los! Dann triffst du diesen einen Menschen. Hey! Behalt ihn. Und alles ändert sich. Ich beginne ein neues Kapitel in meinem Leben und Ablenkung kann ich echt nicht gebrauchen. Sophia, du bist das einzige Mädchen, das ich kenne, das nichts mit einem Cowboy anfangen würde. Es ist wunderschön. Etwas wie das hier hat noch nie irgendjemand für mich getan. Siehst du das? Was? Ruf einen Krankenwagen! Ich wollte Ihnen das nur vorbeibringen. Wo haben Sie die her? Aus Ihrem Auto. Ich kann sie schon seit Jahren nicht mehr lesen. Möchten Sie, dass ich sie Ihnen vorlese? 10. April 1940. Meine liebste Ruth. Als du in meinen Laden kamst, wusste ich, dass ich mein Leben für immer verändern würde. Das lag noch in meinem Wagen. Ich dachte, das würden Sie gern wiederhaben. Danke. Ich habe Mädchen kennengelernt. Mädchen lernst du andauernd kennen? Nein, so eine nicht. Sie ist anders. So habe ich noch nie für jemanden empfunden. Ich wünschte, ich könnte sagen, Sie werden ewig glücklich sein. Sowas erlebt nicht jeder. Sie haben es erlebt. Das war nicht so leicht. Unser erster Kuss war ein Versprechen für alles, was folgen sollte. Glauben Sie, dass es mit uns funktionieren kann? Unsere Welten sind so verschieden. Luke, Sie müssen aufhören. Sonst landen Sie beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich im Leichenschauhaus. Das ist mein Leben. Das ist alles, was ich kann. Wie kann ich helfen? Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, von dem ich nie weiß, ob ich ihn nochmal wiedersehe, wenn er aus der Tür geht. Versprich mir, du kommst zurück. Ich verspreche es. Versuch dein Glück. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich auch nicht. Aber ich möchte es gern versuchen. Ich kann so nicht weitermachen. Liebe verlangt Opfer. Aber das ist es wert. Immer. Musik. 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 Vielen Dank.